Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Zelenskys Rede im Bundestag, Applaus und Boykott. Viel Applaus für Zelensky im Bundestag. BSW und AfD boykottieren Rede. Wie zahlreiche Medien berichten, sorgte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Dienstag, den 11. Juni, 24 Herr Stashta für einen bewegenden und emotionalen Moment im Deutschen Bundestag. Neben Applaus und wohlwollenden Reaktionen aus großen Teilen des Hauses kam es jedoch auch zu eindeutigen Boykottierungen seitens der Bundestagsfraktionen, der BSW und der AfD. Zelenskyj used his speech to appreciate the ongoing support of Germany and the international community in the Ukraine-Konflict. At the same time, he urgently appealed to the members of Parliament to maintain the sanctions against Russia and to approve further aid for his war-torn country. The freedom and territorial integrity of Ukraine are non-negotiable. The President passionately emphasized. The reactions to Zelenskyj's speech were overwhelmingly positive. Große Teile des Plenums standen mehrmals auf, um stehenden Ovationen zu applaudieren. Bundestagspräsidentin Bärbel Bass bedankte sich im Anschluss bei Zelenskyj für seine eindrucksvollen Worte und versicherte ihm die Solidarität des Deutschen Bundestages. Besondere Bedeutung hatten dabei Zelenskyj's Worte über die gemeinsamen Werte und die Unterstützung der Demokratie in Europa. Das Schicksal der Ukraine ist eng mit Europa verbunden. Unsere gemeinsamen Werte von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten brauchen ihre Unterstützung, erklärte er. Diese Aussagen fanden bei vielen Mitgliedern des Europäischen Parlaments offene Türen und Herzen. Jedoch gab es auch deutliche Gegenreaktionen. Die Fraktionen der BSW und der AfD blieben geschlossen der Rede fern. In einer Stellungnahme erklärte ein Vertreter der BSW, man habe den Auftritt aus prinzipiellen Bedenken boykottiert. Die AfD wiederum äußerte, dass die Bundesrepublik Deutschland keine Kriegspartei werden dürfe und distanzierte sich deutlich von den Forderungen nach weiteren Sanktionen und militärischer Unterstützung. Diese Boykottaktionen führten zu scharfer Kritik von anderen Abgeordneten. Die Vizepräsidentin der FDP-Fraktion, Katja Suding, verurteilte den Boykott als einen denkwürdigen Fehler, der dem Ansehen Deutschlands schadet. Ähnlich äußerte sich der grünen Abgeordnete Anton Hofreiter, der die Abwesenheit der BSW und der AfD als Beschämung für das deutsche Parlament bezeichnete. Johannes Vogel, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion der FDP, kommentierte, Diese Art von Fundamentalopposition ist nicht nur kontraproduktiv, sondern auch respektlos gegenüber dem Leid und den Kämpfen der ukrainischen Bevölkerung. Abseits der politischen Debatten wurde Zelenskys Rede von vielen Beobachtern als historisch und bedeutend eingestuft. Politische Analysten und Kommentatoren hoben hervor, dass der emotionale Appell des ukrainischen Präsidenten einen tiefen Eindruck hinterlassen hat und potenziell richtungsweisend für die zukünftigen Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine sein könnte. Davon unabhängig, wie die einzelnen Fraktionen die Rede des Präsidenten aufnahmen, scheint klar, dass sie bei vielen Beteiligten und Zuhörern Resonanz fand. Redaktionen wie die Deutsche Welle und Tagesschau berichteten live über die Rede und beschrieben die Stimmung im Bundestag als elektrisierend und historisch. Es war eine dieser seltenen Gelegenheiten, bei denen die Worte eines Redners tief ins Herz gingen und das politische Klima verändern könnten, analysierte der renommierte Journalist Thomas Klug in einem Beitrag für die ARD. Wie die genaue politische Umsetzung der von Zelensky geforderten Maßnahmen aussehen wird, bleibt abzuwarten. Doch die Rede hat zweifellos für neues Nachdenken und neue Diskussionen innerhalb des Hauses gesorgt. Die Themen Unterstützung für die Ukraine, Sanktionen gegen Russland und die allgemeine deutsche Außenpolitik könnten in den kommenden Wochen und Monaten erneut im politischen Mittelpunkt stehen. Insgesamt wird dieser Tag als ein denkwürdiges Kapitel in den deutschen und europäischen Beziehungen zur Ukraine eingehen. Der emotionale Appell des ukrainischen Präsidenten sowie die unterschiedlichen Reaktionen darauf zeigen die Komplexität der aktuellen geopolitischen Situation und den fortwährenden Einfluss des Ukraine-Konflikts auf die europäische Politik und Gesellschaft. Dienstag, 11. Juni, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.